Ich habe übrigens einen Windzug von einer Seite mitbekommen. Ein Windzug? Das wird Hitler gewesen sein. Einen faschistischen Windzug. Es ist stur. Und welcher Richtung? Jetzt wollte ich gerade sagen, dann nutze ich die Ruhe, die gerade ist und sage hallo und herzlich willkommen zur Folge Secret Hitler mit denselben wie letzte Folge. Schaut in die letzte Folge ein, wenn ihr wissen wollt, wer das so ist. Vorletzte. Keine verfassungswidrigen Zeichen hier. Nein, schaut in die letzte Folge, damit ihr hört, wie ich sage, ihr solltet in die Folge davor reingucken, damit ihr wisst, wer was ist. Das ist ein wichtiger Unterschied, das Verfassungswidrige, da geht das da oben nach rechts. Wenn du es nach links machst, ist es scheißegal. Alles klar. Das ist beides nicht Verfassungswidrige, also schon, aber das sind halt hinduistische Zeichen. Das sind hinduistische Zeichen, schlecht schräg. Wenn man es auf uns künstliche Anbietungen macht, dann darf man das auch machen. Hatte in der Schule schon schöne Projekte. Ah ja. Ich habe einen kleinen Wagen gemacht. Ich muss auch sagen, es ist das mongolische oder hindu-Zeichen für Stärke. Ja, ist es ja auch. Ja, ist es ja auch. Wollen wir dann mal anfangen, ja? Ja, die Zuschauer können jetzt auch noch einmal weggucken, wenn sie nicht wissen wollen, wer was ist. Und wenn er noch mehr über Flastika fahren wollte, geht auf Wikipedia. Richtig. Füllungsauftrag erfüllt. Jetzt wird nicht mehr eingeblendet, wer was ist und die Zuschauer können wieder schauen. Und du darfst Würfeln. Bitte, bitte. Ja, sicherlich. Ich erhebe einen Spruch. Der Würfel, der war faschistisch eingestellt. Alles klar. Kennst du deinen Kollegen schon, oder? Ich weiß ja, wer Hitler ist. Okay, stimmt. Die Sache, die habe ich ja schon in der ersten Brunde gesagt. Entweder sind Ganesha und ich Freunde oder Feinde. Richtig. Es gibt nie ein Dazwischen. Ja, irgendwie nicht. Deswegen will ich mal gucken, was wir diesmal sind. Was ist überhaupt ein Dazwischen zwischen Freund und Feind oder... Unsicher. Achso. Neutrale Zogen. Ja, richtig. De-militarisiert das Gebiet oder so. Keine Ahnung, wo ich mich ja... Ist mit Tschechien und Österreich. Es ist kompliziert. Ich glaube so, wenn du kannst. So. Achso, ich muss ja wählen, was sowas... Man lasst dich nicht stören. Kannst du das? Ja. Nein, ich habe die Angst, dass Michael und ich... Ne, was machst du da? Ich habe das Gefühl, die Angst hat Michael und ich jetzt nicht, ausnahmsweise mal nicht mehr in einem Team sind. Und er mir jetzt hier direkt die Rote unterjubeln. Also das Gefühl habe ich nicht, keine Säge. Also ich danke dem Volk für das in mich gesetzte Vertrauen. Das ging ja die letzten Male immer gut. Danke dem Michael für das in mich gesetzte Vertrauen. Ich muss dazu sagen, Ganesha hat die Wahl gehabt. Ich habe ihm eine Blaue und eine Rote gegeben. Musste aber eine Blaue ablegen dafür. Ich habe zwei Blaue und eine Rote gezogen. Musste das immer so anfangen, ey. Ja. Schon die dritte Runde, wo das so ist. Naja, man legt ja eh immer eine Blaue weg, wenn Blau und eine Rote weg. Ja, nicht unbedingt, wenn man... Wenn vier Blauen liegen, dann legst du auch mal gerne die Rote. Na, der ist, der ist Fascho. Ja. Was ist der immer Fascho? Für mich ist er immer Fascho. Mit Herzen. Ja. Ja, der Fascho der Herr. Danke für euer Vertrauen, danke. Als erste Amtshandlung erlaube ich das Essen im Parlament. Warst du? Warst du? Warst du? Warst du? Zugestimmt werden. Der Präsident sagt eh nie was, das stimmt schon so. Nein. Nächste. Da ist was zu reden. Zum Essen wird bitte vor die Tür gegangen. Oh, ja, die auch. Ich bin auswesendig zum Kanzler gewählt. Du hast den Kanzler gestürzt. Ja, das finde ich super. Ich selber gestürzt. Ich habe mich in die Wahlklassen, und ich habe eine Rote weggelegt. Ja, das ist doch super. Wieso kriege ich das Ding hier? Ich weiß auch nicht. Ein Luftzug hat das aus Versehen dahin geweht. Du, ich würde mich nicht nehmen. Ich habe bisher noch nichts gemacht. Doch, klar, du hast eine blaue Glocke. Ah, ja, stimmt, stimmt. Ich habe eine blaue Glocke. Das ist immer gut. Du hast was denn vergessen? Wer muss das verdrängen? Er wollte eigentlich rotlegen. Mich hat auch schon ein blauer Glocke. Das finde ich gut. Außer Michael ist schon wieder Hitler. Ich wusste, ich wusste, dass er die... Nein, nee. So früh im Spiel juckt es ja nicht. Ah ja, ich bin jetzt hier 10, ne? Der hat Stapel oder was? Ja, blauer Stapel. Ich bin gefühlt zwar sehr auf Präsident, aber irgendwie vergesse ich das dann immer wieder. Ich hoffe, dass du so auf Präsident warst. Du bist schon so alt, da hast du schon gedächtes Schuss. Ja. Passt schon. Musste ich erkennen, dass ich die richtige weggelegt habe. Ja, das habe ich aber auch. Ich hatte ihm die Wahl gelassen, habe eine rote weggelegt. Eine blaue, eine rot habe ich bekommen. Ich habe tatsächlich ein Argument, was dafür spricht, dass Subso dieses Mal mal wieder liberal ist. Der legt sehr viele blaue. Nein, ja, das auch natürlich. Guckst du eigentlich eine blaue weggelegt oder eine rote? Guckst du weg? Das stimmt. Was hast du weggelegt, Subso? Ich habe eine rote weggelegt, hab ich schon gesagt. Ah, okay. Er hat nämlich nicht lange überlegen müssen, sondern hat direkt gedacht so, ich gebe dem Michael jetzt hier rot und blau. Das finde ich gut, weil ich bin ein liberaler Dude. Und ich vertraue dem Michael, deshalb gebe ich mir das rot und blau, deshalb überlege ich gar nicht erst lang. Man könnte jetzt aber auch noch mal sagen, an der Stelle, wenn du bist wieder sicherer im Spiel, dann muss ich dauernd dreimal nachprüfen, ob ich auch wirklich die richtige Karte weggelegt habe. Man könnte auch sagen, er ist Hitler und du weißt nicht, ob ich Fascho bin und bevor die Gefahr eingeht hier, gibt er mir doch lieber blauen Trost. Okay, das kann auch sein. Oder du bist Hitler und möchtest jetzt, dass er wieder in einem schlechteren Licht dasteht. Und du versuchst, oder du bist eben Fascho, und dachtest du nicht, kann jetzt nicht rotlegen und versuchst es im Subziel damit mitzuteilen. Ich wollte, ja, aber ich konnte nicht. Man muss dann erst mal sagen, ich werde mich dazu jetzt nicht äußern, weil wenn ich mich dazu äußern, bin ich ja immer wieder Hitler. Also lass ich das jetzt einfach. Ich freue mich, dass wir drei Blokarten haben. Also wenn wir Glück haben, waren bisher nur Liberale am Zug. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo auch ein Hitler dabei war. Ja, das geht ja nicht, warte mal. Nein, das soll ja... Wir waren, wir haben zu viert blauer gelegt. Ja, genau zu viert. Und hätten wir ja einen vierter Block voll nice. Okay, ja, ich würde mir sagen, es war auch ein bisschen einbringend. Ich weiß, deine Farbe gefällt mir nicht. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass sehr viele Liberale bei uns dabei waren. Das heißt, da unten, bei den dreien, sind jetzt auf jeden Fall auch Faschos dabei. Das möchte ich nicht, dass... Ja, weil... Ich war bei den blauen nicht dabei, bei den vier. Also wer von uns drei ist, der da nicht bei den vier dabei war? Ich fühle mich eigentlich persönlich persönlich. Ihr drei wart nicht bei den vier dabei und ich bin mir ziemlich sicher, dass da mindestens ein Fascho dabei ist. Aber Graf, er war bei den vier dabei, das war ja gerade mein Punkt. Ja, und ich habe zwei blauen, gelegt. Chris Markos Kunst. Deshalb halte ich es nicht für sinnvoll, einen von denen zu wählen. Vor allem hätte ich sinnvoller geworden, wie Ben zu nehmen, als an Chris Stelle. Ganz ehrlich. Wir können ja jetzt sehen, was er macht. Ja, mal gucken. Wobei man dazu sagt, worauf das denn jetzt, Alter? Ich rede immer viel, das weiß ich nicht. Du bist ja auch da für mich. Ach so, okay. Ich würde ja noch drei gute Alten suchen können. Ja, man muss, man muss, man muss dann auch... ...drei mal rot gezogen, einmal rot weggelegt, zweimal rot weitergegeben. Man muss aber auch dazu sagen, so viele blaue, wie wir gezogen haben. Ja, das stimmt. Ist überhaupt noch eine blaue drin? Ihr nehmt mir einfach die ganzen blauen Karten. Ja, eine blaue sollte noch drin sein. Oder hat einer nach mir noch eine blaue weggelegt? Äh, sollten noch. Also ich weiß nicht, wie viele wir jetzt weggelegt haben. Wir sind ja vorhin auch noch drei Tränen von Nacht. Ja, okay, dann sollten da noch zwei Tränen sein, weil ich habe eine weggelegt. Mindestens eine. Dann bin ich jetzt eine weggelegt, da bin ich mir relativ sicher, tatsächlich. Na, es wurde auf jeden Fall irgendwo eine weggetan. Also es ist eine maximale... ...bei mir halt. Weil ich habe es angekündigt. Nein, ich meine noch, ohne dass es gesagt wurde. Oh, ich fühle mich gehört, danke. Ja, du bist für mich liberal. Oder halt Hitler, das kann halt auch sein, aber das ist jetzt unrelevant. Irrelevant. Beides ist korrekt. Ich schalte sie auch, aber ich wollte es nicht sagen. Lustigerweise ist beides korrekt. Eben, sicher. War meuler. Nichts, oder? Wollen wir nur bei Markus so viele skeptisch, ob wir jetzt Kanzler werden sollen. Ich weiß, dass ich mich voll fertig gemacht habe, weil ich ihn nicht so gut gemacht habe. Aber die geht so weh, äh. Egal. Das ist halt das Gute daran, wenn man früh anfängt. Deshalb habe ich mich in der letzten Runde auch so aufgeregt, als die zwei Faschos fast ganz hinten anfangen, also erst dran sind. Also ich glaube, wir sind diese Runde zusammen hier. Ja, das wollen wir jetzt mal gucken. Ich möchte gerne den Michael sehen. Du möchtest mich sehen. Nee, du sagst mir erst mal, wie was für Karten ist. Ja, drei Rote natürlich. Ja, ich hatte keine Wahl. Ja, wie gesagt, es war sowieso sehr wahrscheinlich, dass da drei Rote kommen. Ja, wir haben mal ganz was verstanden. Eine Sache, die ich jetzt einbringen muss, Entschuldigung, Herr Präsident, ich möchte mir jetzt nicht so nahe treten, aber er hat das erst aufgeführt, bevor er gezogen hat, da sind jetzt wahrscheinlich sehr viele Rote drin. So eine eventuell ist der Faschist und hat das Recht nicht davor. Ich habe das nicht davor gesagt, sondern ich habe festgestellt, dass maximal eine Rote noch da drin ist. Ja, passt. Maximal eine Rote. Ja, Ben, die man sich auch sagt, wenn du so spielst, dann... Alles klar, Michael ist Faschist. Du mögst wahrscheinlich auch noch Hitler. Alles klar, ich habe Hitler gefunden. Ich bin mir sehr sicher, dass Michael Hitler ist. Alles klar, kein Hitler. Liberal und TGW ist der Faschist. Ja, aber kein Bullshit, Michael, du bist Hitler. Ja, genau. Alter, Ben, halt das Maul, sonst bist du auch noch Fascho. Michael ist Hitler-Puven. Ich gebe jetzt zwei Blau. Ja, und warum ist deine Karte dann faschistisch, Michael? Warum? Weil meine Karte liberal ist. Ja, ja, genau, absolut richtig. Alles klar, kein Nische. Ja, ich hasse solche Spiele, Alter. Ich weiß jetzt schon mal, Subso ist liberal, Michael ist höchstwahrscheinlich Hitler. Ich bin liberal, aber es glaubt mir sowieso keiner, deshalb ist dieses Spiel sowieso verloren. Ich hasse solche Runden. Ja, Alter. Und ich möchte jetzt noch mal anmerken, dass Markus und Chris sich schon wieder gegenseitig wählen. Ja, na, Subso ist liberal, Junge. Warum nehmt ihr nicht einen von den Liberalen da draußen? Ihr seid sowas von Faschisten, Alter. Das ist doch egal. Bist du hier gerade der eindeutige Faschist, ja? Du bist da halt so ein bisschen eingelöst. Warum wählt ihr euch denn da jetzt doch entgegenseitig? Warum nehmt ihr nicht jemanden, wo wir schon wissen, dass der liberal ist? Was soll denn das? Da kommt jetzt wieder eine Blaue weg. Alter, ich raste aus. Ja, bei uns weiß man es ja eben noch nicht sicher, Tom. Ja, natürlich, ihr wart eben schon für ne Rote verantwortlich. Und vorher, warum kamen... Vorher kamen nur blaue, Junge. Ja, ich bin jetzt gerade so geneigt, vielleicht. Junge, Ben, Subso und ich sind liberal. Chris und Markus sind Faschisten und Michael ist Hitler. Ich bin mir richtig sicher, Alter. Wege dir wurde eine Rote gelegt, NegerWee. Also, gar nicht mal Maul aufreißen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ohne Witz. Das Problem ist, er hat halt guten Punkt. Die wählen sich dauernd gegenseitig. Und Ruff spielt halt einfach sehr defensiv. Deswegen wollen wir Ruff nicht die Püße nehmen, ja? Der Verdacht auf dich ist bei mir berechtigt. Aber dass die beiden sich gegenseitig dauernd wählen. Das ist wirklich eine Sache. Das ist für mich ja auch strange. Aber das hat ja gestimmt, oder? Äh, ja, aber ich hab halt auch... Ja, okay, okay. Alles klar. Ich hab ja auch nichts dagegen gesehen. Weil ich sich dauernd gegenseitig wählen. Guck mal, Chris hat eben schon, anstatt ein... Wo wir schon wissen, dass der liberal ist, anstatt das hier schnell fertig ist, hat der Markus genommen. Warum denn? Ja, weil wir von Markus noch nichts wussten. Ja, wow, warum machen wir das denn nicht als Liberale schnell fertig? Ich hätte dann auch... Ist das so ganz eins am uns allein? Weil du zufällig die ersten zwei Runden blaue kriegst von vier Leuten. Sind die doch nicht alle automatisch liberaler Tickerwild. Ja, das sag ich ja auch gar nicht. Aber trotzdem ist es dann sinnvoller... Es ist dann aber sinnvoller, welche von denen zu nehmen, die sowieso schon blaue gelegt haben, die dann nochmal zu wählen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es entweder Hitler ist oder liberal. Ich würde es nicht sehen, weil ich jetzt sinnvolle, dass alle mal drankommen. Ja, eben. Das wollte ich auch. Und warum wählen die sich dann jetzt nochmal gegenseitig? Ja. Und die du dann hier aber nicht mehr wehlen kannst, sonst wichtig ist. Weil wir sind ja auch richtig nicht mehr vier, weil Ganesha irgendwie Faschist ist. Ja, warte mal jetzt mal. Warte mal, Herr Hitler. Rav, das Problem ist, ich hätte ihm jetzt eventuell nicht geglaubt, aber da die zwei, die sich dauernd doppelt wählen, verteidigst. Du hast sie aber gewählt. Ja, ich hab sie gewählt, weil ich grad nicht aufgepasst hab. Ja, weil er grad nicht aufgepasst hab. Ist voll klar, Alter. Wo ist denn das Untyp? Wenn mir einer die ganze Zeit in die Fresse streit, ich bin Faschist. Du bist ja auch Faschist, Junge. Ich hab dich ertrapp, Junge. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen von den zwei erschieße und Ruff in Ruhe lasse, eventuell. Er ist aber Hitler. Du hast eigentlich nur gesehen, dass er verschössig ist. Er hat aber überall gespielt. Ja, okay, aber das war jetzt die letzten Runde nie korrekt. Das ist zwar sehr unwahrscheinlich, dass Michael dreimal hintereinander Hitler ist, aber es kann halt sein. Ich bin total total. War er in der ersten Runde auch Hitler? Ja, ich war die letzten Runde. Ich weiß, dass das so ein Problem ist mit den zwei, die gewinnernden Konten. Das zerstört, das ist mein ganzes Glaubensatz. Ich hab die Wahl bekommen und ich habe gewählt. Ja, ist ja wunderbar. Dann machen wir jetzt einfach genauso weiter. Wir brauchen nämlich noch eine blaue Karte und dann kann ich Ganesha nämlich schön in die Fresse reiben. Ja, ist klar, Alter. Hallo, Herr Präsent. Wir können da eine Wahl treffen. Ich weh mich. Ich hab Frau Raffe zu nehmen. Nein, du nimmst Subzu. Du nimmst Subzu. Weil Subzu ist vertrauenswürdig. Subzu ist hundertprozentig liberal. Ich bin mir richtig sicher. Ja. Weil, jetzt kann ich sogar, also, es ist relativ safe bei mir, weil wir können, wenn ich jetzt herweiter werde, ich will dann ein wenigstenswürdig nicht über. Aber es ist noch, es ist noch wurscht. Weil, jetzt ist es eh noch wirklich egal, dass das Geld getauscht. Nein. Dann lass sie draus sein. Ja, was ist das denn? Ja, das hört sich einfach in die Box. Ja gut. Es werde schlecht ich die Wahl bekommen, aber ... Körer waren in einem Konzerten auf ja er hat mich jetzt ausgelassen bis ich die ganze Runde durch doch im Kompräsident wird wo du vor dem Gehalt ist schrecklich das ist aber hier ist ja auch er hat auch was das macht es ist immer erreicht jetzt ist es das ist sowohl für lieber als auch für verschüttet Faschisten nicht scheiße im Hinblick an zu kommen das ist nun meine Lieben und Freunde möchte jetzt eine neue Zeit über den liberalen Politiker Gott sei Dank er auch gott sei dank echt dann Kallert da ja Markus ja ich hab ich hab ich hab's euch gesagt ich hab's euch gesagt leute ich hab's euch verraten als ihr euch gegenseitig gewählt hat und du sie dann verteidigt hast und dann gesagt du hättest nicht aufgepasst und da wusste ich dass er recht hatte ich ja weiss ich wusste wirklich nichts von Markus aber das habe ich verraten und das war das war der einzige Fehler das war der einzige Fehler Halsmaul Halsmaul ja nur einmal verloren hat geil alter also TGW hat mit Absch... das war mit Absch... das schlechtste Spiel was ich jemals in TGW gesehen hä willst du mich verarschen? willst du mich verarschen? weil ich hätte den ganzen Tag TGW ist Hitler einfach das Ding rund weil TGW so aufgeregt gespielt hat wenn ich jetzt... weil ich... ich wusste dass Michael Faschist ist und ich wusste auch dass mir das eh keiner glaubt ohne zu zögern hätte ich ihn erschossen wenn ich schießen hätte können ohne zu zögern dann liegt das aber nicht an meinem schlechten Spiel sondern es ging nicht anders also ich muss an der Stelle sagen ich weiß immer glücklich nicht von ihm als Zitter abgeschleppt zu werden also... außerdem... außerdem könnt ihr nicht behaupten dass das ein schlechtes Spiel von mir war weil ich habe es komplett durchschaut habe ich das ja also bitte war wirklich schlecht gespielt für... ja ich geb dir gleich schlecht gespielt ich hab euch genau aufgetischt und auch sogar mit Beweisen gezeigt wer was ist ja du wolltest mich nicht dabei haben super beweisen ich hab... hundert... ich hab euch... guckt euch meine Aufnahme an wenn wir das nicht glaubt ist mir scheißegal Michael, Chris und äh Markus ich hab's euch gesagt die Dreierkonstellation ja ja... ich hab auch nicht gesagt dass du schlechte Kurskurs hast ich hab nur gesagt dass du schlecht spielst in dem Sinne dass man erkennt was du bist wie hätte man das anders machen sollen? besser spielen ja besser spielen du hast mir von Anfang an schon nicht geglaubt an... warum auch immer aus irgendwelchen unergründlichen Gründen ja 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 und außerdem hat der Subso es dann gut erkannt hatten wir dann geglaubt und das war's dann was es hier gut gemacht hat ich muss... das Problem war halt wirklich okay vielleicht war's nicht mit Absicht ein Fehler aber als die beiden sich die ganze Zeit zugespielt haben ich so okay... spielen sich die ganze Zeit zu das ist ein guter Punkt vielleicht ist er der Lügner aber die beiden spielen zu sehr im Team da war mir irgendwas drauf ich wusste ja überhaupt nicht von Markus ich wollte ihm wirklich einfach nur mitspielen lassen also der Fehler war tatsächlich dass Markus dich schon nochmal gewählt das ist das erste Mal aber okay dann wäre das für den Gewissen das ich hingewählt habe ich hab da echt nicht aufgepasst da hätte wer auch immer Präsident sein wollen das war dann natürlich Pech Michael dann kannst du ja mal gestellt werden ich hätte einfach ja gewählt das wäre Pech halt gewählt das ist halt einfach nur kein Grund aber sicher ich hab auch ja gewählt aber es hat auch keiner interessiert ja eben ich wollte... oh ich wollte... ich war kurz davor zu sagen die war das doch irgendwie zu Schande gekommen also hab ja nicht nur ich ja gewählt ja ich... ich hab auch überlegt durchsagen und hab mir gedacht ich sage doch nichts die spielen das schon zu sechst warum bin ich überhaupt da so so so... so war meine Runde weißt du... das ist nun mal so das ist eben mega Pech wenn man jemand von nicht drankommt der letzte Weg bin ich doch sonst spiel ich nicht mit jetzt so... nein lass... lass... lass die Konsti raus ich hab überhaupt... ich hab nie gesagt dass wir Konsti rauslassen sollen das habe ich nicht gesagt natürlich du hast gesagt... warum... warum nimmst du die... natürlich warum hast du so alt hier ey du hast die ganze Zeit Zeit... ja ohne Witz ja was laberst du jetzt fürn Bullshit dass wir uns nicht wählen sollen weil der andere so vertrauenswertig ist ich habe gesagt... ich hab gesagt es ist sinnvoller die die schon blau gelegt haben zu wählen das hast du nicht wählen einfach vier Leute richtig von Anfang an ja weil die am Anfang blau gelegt haben deshalb habe ich gesagt es ist eine sinnvolle Taktik dann bei diesen blauen zu bleiben bis die dann... dann kommen dann halt welche raus weil die dann irgendwann... wenn der noch vorn war Faschist also... ja schön... na und? und hat noch dazu die meisten blauen gelegt Junge ich war... ich hab dir halt nicht also ich hab... also ich war skeptisch bei ihm aber durch dieses Zuspielen war ich einfach okay und dann durch diesen zufälligen random Ding hab ich halt gesagt okay fuck it die spielen sich zu die anderen zwei machen diesmal nicht wirklich viel rot war auch passiv da hab ich gedacht okay der ist bestimmt wieder ähm... hier Dings liberal weil wenn der... dann würde der eine Agenda schieben er ist wenn grün und du jetzt... ja alles klar dann halte ich nächste Runde die Schnauze dann schiebe ich keiner... ich sag einfach gar nichts mehr dann bin ich überall oh wow ja das ist... das... das kann ja was werden wir früher ne... nur mal guck mal du hast es diesmal auch gepusht ich hab dir ja geglaubt du hast so... liberal liberal so fuck it okay es sind wahrscheinlich die braunen hier vielleicht TGW und eventuell äh... ja ich weiß nicht grün hab ich jetzt nicht wirklich beachtet aber... ich war mir halt nicht so sicher aber diese drei Ecke diese unten pink weiß braun da war ich mir irgendwie sicher dass da irgendwas sein muss wenn ich war auf deiner Seite nicht auf TGW keine Sorge Ben Mann ich war stand also ein Faschist ich hatte kein Faschist Team ich... ich war einfach nur... Freelancer Faschist ... ... und wir haben so ne Diskussion wenn wir mal gewinnen also komm ey also mach es dann auch extra ey ich... ich find's auch nicht okay wie... wie ihr beiden da jetzt euch so aufregt Alter rote Karte legen damit endlich mal was Rotes kommt ja ich hab schon gedacht alles hier was Rotes gekst ich hab's dir dann offen geast ob du halt blau oder rot legst ja und ich dachte mir komm wenn ich jetzt rot nehm ich bin dead und ich war mir auch noch nicht sicher ob du Faschist bist ja ich hätte auch 2 rote dir geben können aber ich hab mir gedacht ja lass sie mit dir aussuchen ob du lieber blau oder rot legst ja wenn ich Hitler bin schieb mir die roten Karten so wie nix krass mach ich nix so nix hätte ich gewusst dass 2... dass ich am Anfang 2 blau ziehe hätte ich dich auch gefehlt um dich zu prooven gib was du bist halt auch viel RNG dabei wegen den Karten ja wir hatten dann auch viel Glück dass er einfach sehr ich hatte jetzt jedes Mal die Auswahl was ich echt sehr angenehm fand wo sind denn eigentlich die Figuren zu groß? weil man die größer machen kann ausgehen also hochscannen das ist ein Button ja ich glaub das geht auch wenn du einfach das grüßt hast oder so oder ne keine Ahnung Markus was hast du nicht meinen Namen gesagt? na ich sag auf jeden Fall schon mal tschüss bis zum nächsten Mal fett mich ganz so auf ach die läuft ja da hast du nicht gar nicht die Verkaufst du gesagt? tschüss tschüss